Vor kurzem hatte ich euch ja das Nibling Premium Waffenreinigungsset vorgestellt. Dieses Reinigungsset, ihr erinnert euch, hier oben könnt ihr euch das Video nochmal anschauen, besteht aus einem Komplettset mit einem Bohrblitz drin, Filz, Reinigern, diversen Bürsten, Reinigungsmittel, Putschstab etc. Manche von euch hatten in den Kommentaren angemerkt, dass ihr den Preis von 114 Euro war es, glaube ich, für dieses Set ein ganz klein wenig zu hoch empfindet. Ich habe dies nochmal ein bisschen geprüft und bin auch bei der Firma Nibling noch fündig geworden und der Nibling hat mir freundlicherweise ein weiteres Set zur Verfügung gestellt und zwar das Custom Maxi Set. Genau, Custom. Custom bedeutet, der Kunde, also ihr, entscheidet selber letzten Endes den Preis dieses Sets. Ihr habt jetzt schon direkt am Anfang gesehen, ich habe hier das Premium Set mit der Molle Tasche und legt es mal auf die Tasche von dem Custom Maxi Set. Ihr seht ja schon einen massiven Größenunterschied. Es gibt das Custom Set in zwei Varianten. Einmal als Maxi und einmal als Standard. Standard Set ist die gleiche Taschengröße wie für das Premium Set und ist ausgelegt für ein Kaliber. Das Maxi Set ist für bis zu sechs Kaliber ausgelegt. Der Preis des Maxi Sets liegt bei brutto 56,80 Euro und beinhaltet folgende Gegenstände. Wir haben einmal diese bedeutend größere Aufbewahrungstasche, Transporttasche für die Reinigungsutensilien. Dann haben wir zwei größere Netz-Mesh-Einsteckfächer, wo man Dinge wie zum Beispiel Bohrblitz, Patche, die Filzfropfen, wie auch immer reinschieben kann. Ich habe hier hinten nochmal eine größere Tasche, wo ich weiteres Zeugs mit reinlegen kann. Lampen, Lappen, andere Bürsten, wie auch immer. So, dann im Lieferumfang des Maxi Sets enthalten. Ist einmal der große kugelgelackerte Grundreinigungsstab. Dann haben wir insgesamt inklusive drei Stabverlängerungen. Das heißt, dieses Set kann für kurz wie auch für Langwaffen verwendet werden. Und damit ist es natürlich schon mal multifunktional unterwegs. So, und so haben wir jetzt für Langwaffen den kompletten Stab. Und diese einzelnen Verlängerungssegmente könnt ihr auch nachbestellen. Sollte also jetzt ein Gewehr vorhanden sein mit einem noch längeren Lauf, wo jetzt selbst diese Länge hier nicht ausreicht, könnt ihr noch weitere Verlängerungen nachbestellen, bis es eben passt. Weiter mit dabei, klar, das Reinigungsfluid Pulpo. So, und wir haben eine Universalbürste mit im Programm. Zusätzlich noch, den ich in dem letzten Putzvideo schon angesprochen habe, finde ich eine sehr schöne Sache, diesen Laufprüfspiegel, mit dem ihr bei zusammengesetzter Waffe Licht in den Lauf reinlenken könnt, um zu schauen, ob der Lauf sauber ist, ob da vielleicht irgendwelche Beschädigungen drin sind, etc. Den werde ich aber nochmal gesondert vorstellen, weil ich das eine ziemlich coole Geschichte finde, sobald ich die Handhabung tatsächlich raus habe. Aber ich glaube, ich habe den Dreh so langsam raus damit. So, und das ist der Lieferumfang des Premium Maxi-Sets. So, ich bin jetzt natürlich hingegangen und habe jetzt exemplarisch mit dem Herrn Niebling zusammen ein Set für mich zusammengestellt, was ich euch in dem Moment auch tatsächlich so vorstellen kann, dass ihr eine Idee davon bekommt, was preislich dann tatsächlich gegeben wäre, um dieses Set, wie es hier ist, dann zu nehmen, anhand der Beispiele. So, wir haben hier mit dazu eine Ölbürste, sprich die Nylonbürste, Kaliber 12. Wir haben Kaliber 12 Messingbürste, eine Messingbürste Büchsenkaliber 30, sprich für die 308, 30-30, etc. Wir haben eine Messingbürste Kaliber 22, also für Kleinkaliber. Wir haben einen Wollwischer Kaliber 22, Messingbürste Kaliber 9mm Luger, 38, 357 Magnum. Wollwischer Kaliber 9mm Luger, müsste das sein. Wollwischer, nein, das war die für 9mm, die hier ist für Kaliber 9mm Wollwischer. Dann haben wir einen Wollwischer Kaliber 27, 388, 6,8 bis 9mm, also auch für den Bereich 9mm, also doch. Dann haben wir, genau, Patchhalter, zwei verschiedene, einen großen und einen kleinen. Der große ist halt für die größeren Kaliber, wo man dann auch mehrere Patchen mit reinsetzen kann. Das zeige ich euch mal gerade. Das ist hier der lange, da kann man dann 2, 3, 4 Patchen reinmachen, je nachdem, was für ein Kaliber das ist. Das geht hoch bis Kaliber 30, 7, 62. Da braucht man halt ein paar mehr Patchen, wenn man bei den Liebling-Patchen dann vielleicht. Dann habe ich hier einen Patchhalter Kaliber 22, schräger 5,56, also auch für die 223. Schön langgezogen, aber eine kleine Öse für die Patchen. So, dann haben wir noch zwei Ölbürsten, einmal Kaliber 22 und Kaliber 27, 3,75, 6,8, 9,5. Ja, ihr seht, das ist jetzt schon ein Putz-Set, wo ich inklusive den ganzen Verlängerungen im Grunde genommen einen kompletten Waffenbestand putzen kann und alle schön ordentlich in einer Tasche mit drin, wo ich mir keine wirklich großen Gedanken darüber machen muss. Dieses Set kostet jetzt, so wie es hier liegt, liegen wir, glaube ich, roundabout bei 75 Euro. So, wenn man jetzt diesen Grundpreis von 56,80 Euro zugrunde legt, das ist die Tasche mit dem Putz-Stab, die drei Verlängerungen, die Universalbürste und das Pulpo. Und ich nehme dann weitere Bürsten einfach dazu. Ja, ich sage mal, ich nehme, weil die Bürsten, die kosten bei 2,50 Euro, 2,80 Euro. Also, wir sprechen hier nicht über horrend hohe Beträge. Natürlich summieren sich diese einzelnen Komponenten miteinander. Aber, ich sage mal, ich habe eine Pistole 9mm und ich habe eine .308er Büchse. Ja, dann brauche ich halt vier Bürsten vielleicht. Vielleicht noch ein paar Patch-Schalter. Und dann liege ich vielleicht bei 60, 65 Euro anstelle von 75. Und so könnt ihr einfach Produkte hinzukaufen, ohne immer wieder ein neues Set kaufen zu müssen. Ein Riesenvorteil, was ich bislang noch nicht erwähnt habe in den bisherigen Niebling-Videos, gegenüber einigen anderen Herstellern, ist folgender. Niebling hat ein Gewinde für alles. Ich brauche nicht mit irgendwelchen Gewindeadaptern, Gewindeverringerer, Verjüngungen, wie auch immer rum zu hantieren. Ich habe, egal ob ich jetzt die Bürste für das Kaliber 22 habe oder für Kaliber 12, ich habe überall das gleiche Gewinde. Und das macht es sehr, sehr einfach. Wie gesagt, ich brauche kein Zubehör. Ich bestelle meine Bürsten und diese passen direkt in den Stab, den ich von Niebling gekauft habe. Und das sehe ich schon als einen ziemlich großen Vorteil an. Für die weiblichen Kunden hat Niebling dieses Set, wie auch das normale Custom-Set und das Premium-Set, auch in einer gesonderten Variante, nämlich dem Pink Hunter. Und den gibt es auch, habe ich zumindest schon gesehen, als Pink Hunter Camo. Das heißt, die ganze Tasche ist dann in Pink gehalten. Sieht sehr schick aus, würde ich mal sagen. Ja, aber ich denke mal so, für die Mädels ist es durchaus eine ziemlich interessante Geschichte. So, was kann ich jetzt hier mit diesem Maxi-Set denn noch alles tun? Ich habe die Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, ich nehme Bohrblitze und schmeiße die hier in die Tasche rein. Ich kann hingehen, ich kann hier, wie es der Niebling auch für mich gemacht hat, einen weiteren Verlängerungsstab mit in die Tasche reinpacken und kann dann damit sehr lange Läufe bedienen. Ich kann hingehen und kann Patche hier mit reinpacken. Ich kann einen weiteren Bohrblitz mit reinpacken, wenn ich zum Beispiel Kaliber 12 noch mit dabei habe. Und die Tasche ist immer noch nicht voll. Also ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr viel in diese Tasche reinzupacken, an einem Ort zu haben und damit alles fein säuberlich und übersichtlich zu haben. Und da finde ich jetzt den Grundpreis von 56,80 Euro für die Qualität, die ich bekomme mit diesem Putschstab, der wirklich sehr schön gearbeitet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch die Kugellage, da klappert und wackelt nichts. Finde ich eigentlich durchaus in Ordnung. Er ist nicht günstig, er ist nicht billig, aber ich bekomme auch sehr gute Qualitäten. Und das sollte man nicht vergessen. Und wenn ich sehe, wie viele Putzgeräte ich schon hier liegen habe, hätte ich gleich von Anfang an was richtig Vernünftiges geholt, hätte ich mir diese ganzen einzelnen Putschstab sparen können. Das ist das Niebling Custom Maxi Putschstab für 56,80 Euro. Ist erhältlich in der Shooters Corner in Butzbach. Das ist das Niebling. Das ist das Niebling. Vielen Dank.